Letztens habe ich einen Anruf gekriegt aus Düsseldorf. Ja, hallo, hier ist Deutsch-Marokkanische Kulturverein. Bin er ist da, kannst du kommen und eine Comedy-Show bei uns machen? Ich so, ja klar, natürlich, hört sich gut an, ihr macht das für einen guten Zweck. Dann komme ich vorbei, wo soll ich hinkommen? Ja, du kommst zu Düsseldorf Hauptbahnhof und da kommt ein Chauffeur, der kommt dich abholen. Ja, okay, alles klar. Gesagt, getan, ich komme zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ich warte auf einen Marokkaner, vom Weiten gucke ich schon, wo ist ein Marokkaner. Ich erkenne ihn schon von einem Kilometer weit. Allein wie er geht. Er hat den Gürteltaschengang, obwohl er die Gürteltasche nicht anhat. Ich begrüße ihn, ich so, ah, du bist der Chauffeur. Ja, ich bin der, mit dem du telefoniert hast. Ich so, ach, du bist Bucker und Chauffeur gleichzeitig, du kannst nur Marokkaner sein. Alles klar, er bringt mich zum Ort, wo wir auftreten, wo ich auftreten muss und erklärt mir den Ablauf. Er so, okay, Benessa, hier wird heute das Festival sein. Es werden ganz viele gute Sachen auftreten. Es wird genauer Musik geben, es wird Tänzer geben, ganz viele gute Sachen. Und du bist zum Schluss, weil du bist die Top-Highlight heute Abend. Ich so, okay, komm einfach 15 Minuten vor meinem Auftritt zu mir. Sag mir Bescheid, wenn es losgeht. Und dann komme ich. Ich habe mir die Bühne nicht angeguckt. Ich habe mir das Publikum nicht angeguckt. Gar nichts. Ich habe einfach gewartet. Und irgendwann so 10, 15 Minuten vor meinem Auftritt kommt er zu mir. Der so, Benessa, es ist noch eine Sache. Und dann bist du als letztes dran. Ich so, okay, ich bin bereit. Was ist die Sache, die vor mir dran ist? Vor mir ist ein Video mit behinderten marokkanischen Kindern. Genau so war die Stimmung. Im Keller. Ich so, jetzt soll ich auftreten? So kannst du keinen Auftritt machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist jetzt Gillette-Klingen verteilen hier. Gibt euch den Rest. Ich so, ich mache Comedy. Du hast irgendwas falsch verstanden. Du hättest diesen Auftritt nach mir machen müssen. Er so, Benessa, mach dir keine Sorgen, weil erstens, ich bin nicht nur Chauffeur und Booker. Ich bin auch ein Top-Moderator. Ich gehe jetzt auf Bühne und dann gebe ich dir eine Top-Ansage. Dann mache ich das Publikum locker und dann kommst du auf Bühne. Ich so, okay, alles klar. Ich gehe auf die Bühne, mache die Leute locker. Dann komme ich auf die Bühne und mache meinen Auftritt. Es ist original genau so passiert. Also, das Video ist fertig. Nach dem Video kommt erst mal eine Frau auf die Bühne. Ich denke mir, boah, geil, ein anderer Auftritt. Die Frau ist die Frau, die verantwortlich ist für das Video. Es wird noch schlimmer. Sie bricht in Tränen zusammen. Stimmung sinkt noch weiter. Zwei Bodyguards schleppen die von der Bühne. Nervenzusammenbruch. Jetzt kommt der Moderator auf die Bühne. So kommt er auf die Bühne. Original. Ich erfinde das nicht, dass es genau so passiert. Spotlight auf dem Moderator. Wenn ich sowas sehe, werde ich traurig. Ich kriege ein Wut in meine Brust. Und ich will nicht schreien. Und jetzt bin ich heißer. Bring uns zum Lachen. So, oder was? Ich so, scheiße. Ich renne auf die Bühne. Ich erkenne das nächste Problem. Tische. Tische sind auf einer Hochzeit gut, aber für eine Comedy-Show kannst du wegschmeißen. Weil viele Leute sehen deine Show so. Andere sehen deine Show aber auch so. Und auf die hast du keinen Bock. Sehr viele saßen da so. Bei einigen hast du gemerkt, die waren vorher im Knast, weil die haben so Spiegel rausgeholt. Haben sich die Show so angeguckt. Ich mache meinen Auftritt. Nach zwei Minuten fällt das Mikrofon aus. Das Mikrofon auf einmal so. Ich so, äh. Ich sehe im Augenwinkel wieder der Typ. Er so, ey, Vanessa. Ich so, was? Ich bin nicht auch Tontechniker. Gib mir den Mikrofon. Ich gebe ihm das Mikrofon. Hier ist, wie er auf der Bühne das Mikrofon getestet hat. Original. Genau so. Tiss, 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 tiss. Wajjuj, wajjuj, wajjuj. Tiss, tiss, tiss. Ia, 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 tiss. Benissa, mach weiter.